Wellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Wellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Wellner live. Ja, nachdem Peter Pilz, ein zweiter wortgewaltiger Ex-Politiker bei uns, ich freue mich immer, wann er da ist, HC Strache, heute aus aktuellem Anlass, könnte man sagen, denn es gibt zwei Gründe, warum wir ihm an diesem Dienstag ins Studio gebeten haben. Erstens, ganz Österreich spricht über die SMS zwischen Kanzler Kurz und seinem damaligen Vizekanzler HC Strache. Und wer kann uns die besser erklären als HC persönlich? Aber zweitens auch, gestern trat ja die Frau Pelakovic bei uns auf, super Quote übrigens, des Maschinengewehr Kickls, wie ich immer zu sagen pflege, und hat die Corona-Demo wortgewaltig verteidigt und gemeint, sogar der HC Strache war dort als Beweis dafür, dass ganz normale Bürger anwesend waren. So, also, HC, willkommen bei Wellner live. Sie sorgen ja immer wieder für aktuellen Gesprächsstoff, manchmal auch für Erheiterung, so wie jetzt mit den Kurz-Strache-SMS. Und die hat es ja viel, viel Wirbel gegeben. Ursprünglich wurden sie, nehme ich an von ihrem Handy, wenn ich richtig informiert bin, beschlagnahmt von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, weil man dort Hinweise finden wollte auf illegale Absprachen zur Casino-Besetzung, unter anderem, und illegale Postenabsprachen. Das hat man, soweit ich informiert bin, nicht gefunden. Dafür aber die Szenen einer zerrütteten Ehe, könnte man sagen. Denn was dort so alles ausgetauscht wurde zwischen Ihnen und dem Herrn Bundeskanzler, aber auch in einer Chatgruppe, die Sie dort gegründet haben, über die wir dann noch extra reden werden, das lässt diese Regierung doch in einem ganz anderen Licht erscheinen. Very best friends, ziemlich beste Freunde, war es ja nimmer in dieser Schlussphase der Regierung. Es zeigt die Professionalität, mit der man auch in der Öffentlichkeit gemeinsam im Zusammenhang dieser Regierungskoalition auch aufgetreten ist. Aber natürlich hinter den Kulissen zeigt das das auf, was ich immer gesagt habe, dass ich gekämpft habe wie ein Löwe, um freiheitliche Regierungsinhalte durchzusetzen, um für die Bürgerinteressen auch das sicherzustellen, dass es in Umsetzung kommt. Und da habe ich mich im Unterschied zu anderen Koalitionspartnern der ÖVP eben nachweislich nicht über den Tisch ziehen lassen. Was man nur festhalten muss, es ist schon insofern auch skurril. Man erlebt eine Hausdurchsuchung, man erlebt eine Handybeschlagnahmung und erlebt, dass dann SMS, die überhaupt nichts mit Ermittlungen zu tun haben, wie Sie zu Recht bestätigt haben, dann das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Und da stellt man sich schon die Frage, was ist da in dem Land alles möglich? Das ist schon interessant. Naja, das habe ich ja nicht anders erwartet. Das war ja klar, wie Ihr Handy konfisziert wurde, dass wir die Kinder des Handys sehr bald in diversen Medien müssen. Herr Fellner, in einem Rechtsstaat sollte das eben nicht die Normalität sein. In einem Rechtsstaat, der sich auch ernst nimmt und der ein Handy beschlagnahmt und dann zu Recht die Justiz und die Behörden zu überprüfen haben, gibt es irgendwo Verdachtsmomente, die zu Ermittlungsverfahren führen oder nicht. In dem Zusammenhang gibt es gar keine Ermittlungsverfahren. Und da wundert man sich dann schon, dass dann solche Sachen, ich habe nichts zu verbergen, aber dann doch das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Jetzt freue ich mich, dass wir darüber reden können, weil es das bestätigt, was ich immer gesagt habe. Darüber immer gleich. Ich habe mich ganz viele Interviews erinnern, wo sie das gesagt haben. Und es ist ja relativ selten, dass das Archiv nicht die Rache des Journalistens, sondern die Bestätigung des Interviewten ist. Aber es ist trotzdem natürlich interessant, das im Detail zu lesen. Man könnte natürlich sagen, irgendwie ist das schon fast historisch interessant. Mein Vater war Historiker. Also ich finde das fast zeithistorisch interessant zu sehen, wie das hinter den Kulissen wirklich war und dass hier offenbar möglicherweise ein Partner längst einen Absprung gesucht hat. Weil so wie ich diese SMS lese, sind da zwischen Ihnen, naja, ich würde sagen, grobe Umständlichkeiten aufgetaucht. Aber reden wir mal über die SMS. Also es sind die SMS, die Sie sich mit dem Bundeskanzler geschickt haben. Meistens so zwei bis drei pro Tag, wenn ich das richtig verfolgt habe. Genau, ja. Die meisten belanglos, morgen ist Ministerrat und so weiter. Aber dann Richtung April werden diese SMS zunehmend aggressiver und ich würde sagen, auch von Seiten des Bundeskanzlers vorwurfsvoller. Dazu muss man wissen, da hat es vorher eine relativ heftige Auseinandersetzung zwischen Ihnen und der ÖVP gegeben, den UN-Immigrationspakt betreffend. Sie haben da mehr oder weniger dem Kanzler die Daumenschrauben angesetzt, könnte man sagen. Und ihm, wie Sie mir selber hier ja gesagt haben, unter der Androhung, dass es aus ist mit der Regierung zur Zustimmung zu dem Immigrationspakt. Man könnte sagen, gezwungen oder überredet, je nachdem, wie Sie es bezeichnen wollen. Und dann hat es begonnen, Auseinandersetzungen zu geben über die Einhaltung des Koalitionspapiers, sowohl was das ORF-Gesetz anbelangt, als auch die von Ihnen ja als letzten großen Erfolg Ihrer Vizekanzlerschaft gefeierte 1200 Euro Pension, Pension, Mindestpension, wie immer Sie das nennen wollen. Und da sieht man, dass es hinter den Kulissen, man könnte sagen, Spannungen gegeben hat, man könnte sagen, gekracht hat, man könnte sagen, die innige Freundschaft zwischen Basti und Haceli irgendwie schon einer innigen Freundschaft gewichen ist oder einer beginnenden Freundschaft gewichen ist. Und daraus könnte man natürlich den Schluss ziehen, dass man sagt, das Ibiza-Video ist vielleicht nicht ganz aus so heiterem Himmel dahergekommen, wie man glaubt, weil viele dieser SMS lassen ja ahnen, dass die ÖVP mit Ihnen eigentlich nicht mehr regieren wollte. Also das war meine Einleitung, lang genug jetzt in Sie haben wird. Naja, also zu der Analyse. Also es ist richtig, dass mit dem Regierungseintritt, wir Freiheitlichen und auch unter meiner Führung als Vizekanzler in dieser Regierung uns in vielen Bereichen durchgesetzt haben, im Regierungsprogramm inhaltlich durchgesetzt haben, auch was die Ressorts betrifft, sehr wesentliche und wichtige Ressorts gehabt haben und hier eine gute professionelle Zusammenarbeit stattgefunden hat, die nicht immer auf Wohlwollen der ÖVP gestoßen ist. Die ÖVP hat nicht unbedingt offenbar erfreut gehabt, dass wir uns in der Regierungsarbeit, auch in der Öffentlichkeit positiv da oder dort durchsetzen, auch einen großen Zuspruch erfahren. Man hat offenbar damit gerechnet, wenn es einen Regierungseintritt gibt, dann werden die Freiheitlichen Federn lassen und werden verlieren. Das Gegenteil war der Fall. Wir haben uns auf einem hohen Niveau bei 24, 25, 26 Prozent in den Umfragen gefestigt und das in einer Regierungsverantwortung. Und dann kam es zu diesem UN-Migrationspakt, der ja Ende 2018 ein Thema war, wo die ÖVP und auch Kanzler Kurz zustimmen wollten und ich dann klar und deutlich gesagt habe, mit mir nicht. Ich habe es dann auch bis kurz vor dem Ministerrat sozusagen auf uns zukommen lassen und habe dann sehr klar und deutlich die Notbremse gezogen und ihm mitgeteilt, dass mit mir keine Zustimmung erfolgen wird und das für mich auch ein Verrat an den Wählern wäre. Und wenn er dem UN-Migrationspakt zustimmen will, dann wäre das für mich auch das Ende dieser Regierung, dann würde ich in Neuwahlen gehen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, wo ich ihn da inhaltlich in die Knie gezwungen habe und auch letztlich bei dem Thema mich durchgesetzt habe im Interesse der österreichischen Bevölkerung, habe ich dann gemerkt, dass die Stimmungslage eine andere geworden ist und dass man begonnen hat von Seiten der ÖVP, wenn man so will, die Schrauben anzudrehen, ich sage Vorhaben, die besprochen waren, plötzlich nach hinten zu schieben und dass Torpedierungen stattgefunden haben und auch in der Öffentlichkeit dann in Folge Angriffe, wo der Kanzler immer wieder versucht hat, da oder dort einen Spin zu setzen gegen uns als Partner und das natürlich von mir so nicht im Raum stehen gelassen wurde. Man kann sagen, die ÖVP hat ein bisschen als Revanche für die Art und Weise, wie ihr bei dem UN-Immigrationspakt den Schwyzkasten angelegt habt, ein bisschen die rechtsextreme Karte oder relativ stark die rechtsextreme Karte gegen die FPÖ gespielt und gemeint, es ist ein Partner, wo man sich nicht sicher sein kann, ob man mit dem regieren kann, ohne weltweit geächtet zu werden. Und als Beweis dafür ist aus dem Nichts, könnte man sagen, plötzlich ein relativ altes Gedicht eines Braunauer FPÖ-Stadtrates über Ratten aufgetaucht. Richtig? Also wenn man mit diesen Begrifflichkeiten spielt wie Rechtsextremismus, so ist das etwas, was die ÖVP sehr gezielt, nicht nur damals, sondern auch heute einsetzt. Wir haben jetzt gerade am Wochenende wieder erlebt, dass zigtausende Menschen von ihrem Versammlungsrecht und Demonstrationsrecht Gebrauch machen, friedliche Menschen aus allen sozialen Schichten, aus allen politischen Lagern, ein sehr bunter Bürger, ein sehr buntes Bürgerbund bei Ihnen. Auf das können wir noch ausführen, aber die haben ja damals versucht, euch als Koalitionspartner Ja, aber das ist genau das Spiel und das zeigt das Spiel auch. Immer dann, wenn der ÖVP etwas nicht passt, kommt man und setzt offenbar ganz bewusst die Faschismus- und Rechtsextremismus-Keile ein, wieder besseres Wissen. Das ist offenbar eine Methodik oder eine Waffe, die die ÖVP da sehr gezielt eingesetzt hat, auch bei diesem, ich sage lächerlichen Gedicht in Wahrheit. Denn der Stadtrat hat dieses Gedicht vor längerer Zeit, lange vorher geschrieben und hat in seiner Funktion als Stadtrat sich als Stadtratte bezeichnet und ein Gedicht formuliert zu den Themen und Problemen. Darf ich einmal ein paar solche SMS vorlesen, die ein bisschen Einblick nehmen, dass da nicht mehr alles, sagen wir mal, in Butter war. Da gibt es also von ÖVP-Seite harte Kritik an diesem Rattengedicht. Sie schreiben, finde diese Berichte gar nicht fair und gut. Kurz schreibt zurück, welche Berichte. Haha. Dann, nachdem Sie ihm das erklärt haben, schreibt er, aha, naja, ich glaube, in Summe habe ich mich sehr fair verhalten, aber bitte schau dir auch alle anderen Berichte an, von hier bis New York. Das ist offenbar auch auf den UNO-Immigrationspakt ein bisschen gemünzt. Strache, so ein Spin ist leider gar nicht gut. Kurz, bitte schau nur wirklich, dass da jetzt nichts mehr kommt, der Druck ist echt schon hoch. Also er sagt, wenn da noch was kommt, ist es vorbei mit der Regierung. Da sieht man im Nachhinein, das war sein aufgebautes Spiel, denn anders kann man das ja gar nicht benennen. Er hat offenbar, nachdem ich mich in der Regierung durchgesetzt habe, den UN-Migrationspakt abzulehnen, an dem nicht zuzustimmen, offenbar international Druck bekommen. Da dürft es begonnen haben. Wahrscheinlich wird die deutsche Bundeskanzlerin Merkel bei ihm angerufen und interveniert haben. Wahrscheinlich war ja dann sogar der Herr Soros Senior und Junior bei ihm im Bundeskanzleramt. Also wahrscheinlich wird er ziemlich unter Druck gekommen sein. Und ich habe im Nachhinein, wenn man das Revue passieren lässt, den Eindruck, dass er ein Exit-Szenario gesucht hat. Und dieses Exit-Szenario kann man ja irgendwo auch in diesen SMS-Nachrichten ja nachvollziehen. Er versucht ganz bewusst einen Spin in eine Richtung zu lenken, den es in der Realität gar nicht gab. Und hat hier versucht, künstlich Konflikte in Wahrheit zu beginnen, die ich auch immer wieder vehement zurückgewiesen habe. So, und dann kommt gleich der nächste Eklat, ein paar Tage vorher sogar schon, da kommt ihr ins Streiten über das ORF-Gesetz. Sie wollten das ja damals reformieren und hatten den Eindruck, dass die ÖVP das verhindern will. Und die ÖVP wirft ihnen vor oder warf ihnen an diesem Tag vor, der Kanzler Kurz warf ihnen vor, an die Kronenzeitung, an den Richard Schmid, einen Seitletter der Regierung zur ORF-Reform geleakt zu haben. Und da schreibt er, Kanzler Kurz schreibt an Strache, Schmid schreibt in der Krone über Seitletter zum ORF. Da war die Krone noch nicht erschienen, das war am Nachmittag vor dem Erscheinen, da hat das offenbar erfahren. Ich halte das wirklich für eine Grenzüberschreitung. Wer so etwas tut, bringt nicht nur die Koalition, sondern jeden Einzelnen von uns in Gefahr. So, und dann geht es weiter. Dann schreibt er Norbert oder Herbert, ihr müsst ihn, gemeint ist Richard Schmid, bitte anrufen, dass das aus der Krone rauskommt. Wollen wir jetzt Spekulationen, ob es geheime Absprachen gibt? Fragezeichen. Ja. Und dann schreibt Kurz an alle, habe noch einmal telefoniert, ich denke, er nimmt es raus. Hat er offenbar dann selber gemacht. Ja. Und sie schreiben zurück, von uns hat er, gemeint ist der Richard Schmid, es nicht, aber es ist ärgerlich. So, und dann hatten sie nicht nur die Chats mit dem, nicht nur die SMS mit dem Bundeskanzler, sondern sie hatten, was wir bisher nicht wussten, auch eine Chatgruppe, die bestanden hat. Das ist völlig Normales. Ja, na schon, aber man darf es ja sagen. Völlige Normalität. Die bestanden hat aus Ihnen, dem Herrn Bundeskanzler, dem Herbert Kickl, dem Norbert Hofer und dem Stefan Steiner, der der Berater des Bundes. Die haben da offenbar miteinander gechattet, drei gegen drei. Und in dieser Chatgruppe meldet sich dann plötzlich der Blümel und sagt, hiermit stelle ich die Verhandlungen zum ORF-Gesetz ein, wenn ihr mit der Öffentlichkeit verhandeln wollt, gerne, aber dann nicht mehr mit mir. So etwas habe ich nicht einmal bei den Sozialisten erlebt, schreibt der Blümel an Sie. Ja, und dann kommt die Frage, was ist das für ein Papier, etc., etc., ja, und so weiter. Aber das ist natürlich schon sehr spannend, wenn der Blümel Ihnen schreibt, hiermit stelle ich die Verhandlungen über das ORF-Gesetz ein. Damit war das ja eigentlich fast schon ein halberter Koalitionsbruch, oder? Na, Kui Pono, man muss im Nachhinein fragen, wem hat diese Inszenierung genützt, beziehungsweise wer hat sie dann benutzt? Und deshalb stelle ich mir im Nachhinein die Frage, ob nicht die ÖVP selbst hier dieses Spiel über die Krone versucht hat aufzuspielen, um damit für sich selbst den Grund zu kreieren, aus einer Vereinbarung zu versuchen auszusteigen. Es war vereinbart, dass es eine ORF-Reform geben wird, bis hin aber eben auch zur Abschaffung der ORF-Zwangsgebühren. Auf das habe ich bestanden. Und es hätte spätestens dann auch bei den Budgetverhandlungen im Herbst natürlich dann auch mit dem Doppelbudget eingetaktet werden müssen. Und ich hatte den Eindruck schon im Vorfeld, die ÖVP versucht überall dort, wo es ganz klare Zusagen gegeben hat, im Rahmen der Regierungsverhandlungen, im Nachhinein auszusteigen und das nach hinten zu verschieben. Und da habe ich nicht mitgespielt. Und es macht den Eindruck, als hätte die ÖVP dann ganz bewusst mit solchen, ich sage Fouls, versucht Gründe zu kreieren, warum sie sich versuchen sozusagen an Vereinbarungen nicht mehr halten. Naja, es schreibt Ihnen ja dann der Kanzler noch weitere SMS. Zuerst schreibt er, lieber HC, ich hoffe, dass wir nach Ostern wieder einen ordentlichen Modus der Zusammenarbeit finden. Also von meiner Seite gab es den Modus. Warte, warte, da kommt noch ein SMS, ein zweites, das er gleich nachschickt. Und in Bezug auf Schmidt und Krone sage ich nur, bitte verkauf mich nicht für total deppert. Ja, das ist genau der Punkt. Er verkauft mich in dem Moment offensichtlich für deppert, weil er meint, mir da zu unterstellen, dieses Leak wäre von mir an den Schmidt gespielt worden. Im Nachhinein ist für mich eigentlich klar, dass das selbst von der ÖVP offenbar über die Bande so gespielt wurde, um dann zu sagen, Puh Teufel, wir wollen jetzt mit euch über dieses Thema nicht mehr verhandeln. Das ist für uns gestorben. Wir steigen aus. Wir wollen keine Abschaffung der Zwangsgebühren beim ORF. Also das ist so das Hintertürl offenbar, dass man sich versucht hat, selbst zu basteln. Den Eindruck vermittelt es. Und da habe ich natürlich nicht mitgespielt, weil da habe ich klar und deutlich gesagt, mich kann man nicht für deppert verkaufen, wenn man nicht über den Tisch zählt. Und HC, Sie wollten offenbar, und das ist sehr spannend, weil wir nähern uns jetzt allmählich dem Ibiza-Video, ja. Sie wollten offenbar nach dem UN-Immigrationspakt ein zweites Tor erschießen in dieser Regierung. Ist ja erlaubt, ja, solange es kein Faul ist, das war ja völlig legal. Sie wollten die ORF-Gießgebühr abschaffen und haben sich dabei offenbar auf einen Zeitletter berufen, den es gegeben hat, zum Regierungspapier, in dem drinnen stand, dass Sie das Recht offenbar haben, diese Gießgebühr abzuschaffen. Richtig? Ja. Habe ich das so richtig verstanden? Genau, ja. Also es waren ja mehrere Vereinbarungen, unter anderem die Vereinbarung, dass die Zwangs- ORF-Gießgebühr abgeschafft wird. Das war ja immer eine freiheitliche Urforderung, die wir da auch durchsetzen konnten in den Verhandlungen, wo wir aber dann in Folge gemerkt haben, die ÖVP hat da gar kein Interesse. Die versucht sich da weg- und herauszuschwindeln. Es war aber genauso auch bei der 1.200 Euro Mindestpension. Wollen Sie noch vor dem Sommer ins Tor schießen? Nein, ich wollte das in Wahrheit bis zu den Budgetverhandlungen durchhaben, das wäre dann im Herbst gewesen, auch die Mindestpension mit 1.200 Euro Netto. So der kommt mir gleich. So der kommt mir gleich als nächstes. Naja, aber bitte, weil sonst können wir nicht strukturiert reden. Ja, bitte. Weil das ist gerade, wenn wir den Weltfrauentag am Montag dieser Woche gefeiert haben, ein Thema, weil bis heute Frauen, die, ich sage, Doppelbelastungen, Kinder, Familie und Beruf miteinander vereinbaren müssen, oft müssen nur Teilzeit arbeiten und in Wahrheit auf der Strecke bleiben und dann mit Bettelpensionen abgefertigt werden und ich gekämpft habe dafür, dass die eben in Zukunft eine Mindestpension von 1.200 Euro bekommen, was leider nicht der Fall ist bis heute. Und das sind alles die Dinge bis hin auch zu einer direkten Demokratie, die ja auch in Umsetzung hätte gehen sollen und wo die ÖVP in Wahrheit alles versucht hat, das zu verhindern. Wir sehen es ja heute auch im schwarz-grünen Regierungsprogramm nicht mehr. Ich habe verhandelt gehabt, eine Verfassungsänderung zur Einführung der direkten Demokratie mit verbindlichen Volksabstimmungen und das hätte auch in Wahrheit dann spätestens im Herbst in Angriff genommen werden müssen und das waren alles Themen, wo man den Eindruck hatte, die ÖVP hat ja gar kein Interesse, diese Vereinbarungen umzusetzen und schon langsam kriegt man den Eindruck, man hat ganz bewusst vielleicht schon begonnen hier über Monate hinweg bis zur Veröffentlichung des manipulativen, zusammengeschnittenen Videos, ein Szenario einer Eskalation vorzunehmen, um diese Regierung zu sprengen. Und dann kommen wir jetzt einmal zu den letzten SMS vor dieser Ibiza-Sache, wo Sie sagen, man hat da den Eindruck, dass da einiges in Richtung Sprengung der Regierung gelaufen ist und da haben Sie natürlich recht, weil diese SMS werden dann immer dramatischer. Also, da kommt zunächst einmal diese Sache mit dem Raten-Gedicht und gleichzeitig wurden Sie aufgefordert, sich von den Identitären zu distanzieren wegen diesem Terroranschlag in Neuseeland. Und da ist der Kurz mehrfach aufgetreten und hat von Ihnen gefordert, Sie müssen sich distanzieren. Daraufhin schreiben Sie ihm Ende April 2019, also nur noch drei Wochen vom Ibiza-Video entfernt, ich kann dich nur bitten, lieber Sebastian, uns heute nichts auszurichten und einmal mehr würde ich mir wünschen, wenn du sagst, ich arbeite mit den freiheitlichen Regierungsmitgliedern seit einem Jahr und vier Monaten zusammen und ich weiß, das sind keine Rechtsextremisten. Rufzeichen. Mit diesen Begrifflichkeiten hat man äußerst vorsichtig umzugehen. Diese Inflation ist brandgefährlich und dann schreiben Sie noch, wir sollten einander auch wieder gegenseitig verteidigen und eben nicht medial auseinanderdividieren lassen. Und statt dass das eingetreten ist, tritt der Kurz am nächsten Tag auf im Ministerratsfoyer oder Sie treten auf im Ministerratsfoyer und sprechen von einem Bevölkerungsaustausch bei der Migration gemeinsam mit Kickl. Und daraufhin wird dann der Kurz, man könnte fast sagen aggressiv und schreibt bei Ihnen, Sie sollen solche Worte bleiben lassen, so kann er nicht regieren und sinngemäß, das lässt eine Regierung in der Form nicht mehr weiter zu. So, und das Ganze eskaliert dann ein paar Tage später, kurz vor dem Ibiza-Video, zwei Wochen vor dem Ibiza-Video, noch darin, dass Sie da Ihre 1200 Euro Mindestpension, die Sie gerade angesprochen haben, durchgekämpft haben. Und da schreibt der Strache an den Kanzler, es ist traurig, dass ich mich leider nicht auf dein gegebenes Wort verlassen kann. Wenn das euer neuer Stil ist, weiß ich nicht, wohin das führen soll. Ist kein fairer und ehrlicher partnerschaftlicher Umgang mit mir und uns, denn damit blockiert ihr alles, liebe Grüße HC. Und der Kanzler antwortet, was soll das? Du hast mir gesagt, wir können eine Pensionsreform machen, die 1,5 Milliarden bringt, wenn wir die Mindestpension so machen, wie du willst. Jetzt bin ich dazu bereit und du regst dich auf über Vorschläge, die einen Bruchteil davon bringen. Du vergisst leider immer deine Teile der Vereinbarung. Ja? Und so endet dann mehr oder weniger der Jetverkehr zwischen Ihnen beiden. Also der Honeymoon war da nicht mehr in Kraft, sondern man spürt eigentlich, der eine Partner, sprich die ÖVP, will schön langsam aus dieser Koalition raus. Na, das ist sichtbar, dass man versucht, ein Exit-Szenario offenbar gezielt herbeizuführen. Und das ist ja spannend bei den Zitaten aus den SMS, denn der Bevölkerungsaustausch war von mir seit dem Jahr 2004, 2005 als Bundesparteiobmann der Freiheitlichen Partei ein Thema, den ich immer wieder angesprochen und thematisiert habe, wo ich zu Recht gesagt habe, tauschen wir doch die Bevölkerung nicht aus, sondern tauschen wir die Politiker aus, bevor die Politiker die Bevölkerung ausgetauscht haben. Und das habe ich jahrelang verfolgt und da hat ja dann auch begonnen, der Herr Kurz vor der Nationalratswahl 2017 auf einmal mich, unehrlich, aber doch, zu kopieren und dann sieht man, wie ehrlich er es meint, nämlich gar nicht und beginnt sich auf einmal auf solchen Begrifflichkeiten aufzuhängen. Also es ist schon interessant und versucht Realitäten, die leider stattgefunden haben durch eine verfällte Politik in den letzten Jahrzehnten, versucht er zu verleugnen. Faktum ist, natürlich gibt es den Bevölkerungsaustausch und der ist über Jahrzehnte schleichend erfolgt und den gilt es natürlich zu stoppen, denn natürlich will die österreichische Bevölkerung nicht zu einer Minderheit in der eigenen Heimat werden und das ist ihr gutes Recht, nämlich das Heimatrecht, das sie hat. Und da beginnt dann das weitere Szenario, das Sie auch dargelegt haben mit der Mindestpension, weil ich eben nicht mitgespielt habe bei seinem Wollen. Sein Wollen war ja, eine unfaire Pensionsreform vorzunehmen, wo er die fleißigen Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet haben, denen hätte er ja am Ende einen Teil ihrer Pension absprechen wollen und da habe ich nicht mitgespielt und ich habe gesagt, mit mir nicht, sondern wir müssen die Leistungsträger fördern und wir müssen auch die alten Menschen, den alten Menschen ein Alter in Respekt und würde sicherstellen, aber auch mit der entsprechenden Pension und da müssen wir bei den Kleinen ansetzen, dass die eben auch eine Mindestpension haben, damit sie leben können und nicht nur irgendwie überleben und das ist die Schande, die wir haben, weil wir reden dann von einem Weltfrauentag und wer bleibt heute gerade bei den Pensionisten, wer kommt unter die Räder, das sind die Frauen, das sind Alleinerzieherinnen, das sind Frauen, die Kinder großgezogen haben, die teilweise nur Teilzeit arbeiten konnten, damit sie Zeit haben für ihre Kinder, so wie meine Mutter auch zum Beispiel und andere Fälle und dann am Lebensabend überbleiben und auf der Strecke bleiben mit 800, 900 Euro Pension. Das ist unfair, das ist unredlich und das ist bis heute in der Form, wie ich wollte, nicht reparieren. Aber HC, Sie müssen ja aufgrund dieser SMS schon langsam gemerkt haben, dass Ihnen Ihr Koalitionspartner da zumindest geistig abspenstig wird. Es gibt ja auch noch eine Reihe von SMS, wo die Tätigkeit des Herrn Kickl kritisiert wird und gesagt wird, Sie sollen den endlich einbremsen, da beim BVT etc., was ich, wie ich annehme, nicht getan haben, sondern zurückgeschrieben haben, der soll das mit dem Kickl selber ausmachen und so weiter. Also da hat's dann gekracht. Auf der einen Seite bei der Kicklflanke und bei Ihnen mit diesen drei Tätigkeiten, UN-Migrationspakt, ORF, 1209. Das ist in Wahrheit mit dem UN-Migrationspakt abzeichnend und spürbar, mit den Beispielen, die wir heute schon durchgearbeitet haben. Interessant ist ja dann auch, dass nach meinem Rücktritt, wo ich heute, wenn man das in der Nachbetrachtung bewertet, den Fehler gemacht habe, zurückzutreten. Ich hätte es nicht tun sollen. War ein Fehler. War ein Fehler. Ich komme aber dann noch darauf zu sprechen, sondern dass nach meinem Rücktritt dann sichtbar geworden ist, dass bereits im Jänner 2019, also Monate vor dieser Inszenierung des Ibiza-Attentats und dieses konstruierten, manipulativ zusammengekürzten Videos, letztlich auch schon Plakate der ÖVP offenbar für den Herbst reserviert worden sind und auch Werbeartikel bestellt worden sein sollen. Das ist ja dann sichtbar geworden, das ist dann geleakt worden und das ist schon interessant, weil es zeigt, dass da offenbar schon eine längerfristige Strategie dahinter war und das erklärt im Nachhinein einiges. Ich habe damals gespürt, da ist was im Busch. Ich habe damals, ich habe nichts von dem Video gewusst, ich habe damals, bin ich davon ausgegangen, die werden versuchen im Herbst bei den Budgetverhandlungen es zum Platzen zu bringen. Warum? Weil wir hätten ein Doppelbudget verhandeln müssen und da hätte man mich nicht über den Tisch ziehen können. Da hätte ich darauf bestanden, dass eine Steuerreform kommt für die kleineren und mittleren Einkommensschichten, da hätte ich darauf bestanden, dass die Abschaffung der Zwangsgebühren kommt, da hätte ich darauf bestanden, dass im Bereich der Sicherheit das entsprechende Budget auch sicherzustellen ist für Polizei und auch Landesverteidigung und auch die direkte Demokratie in Umsetzung gehen muss. Und deshalb glaube ich, dass man vorher von Seiten der ÖVP begonnen hat, schon ein Szenario aufzubauen, damit es gar nicht so weit kommt. Und HZ, die spannende Frage ist jetzt ja, ist der ÖVP der Zufall zu Hilfe gekommen, dass das Ausland plötzlich ihr Video gespielt hat oder hat möglicherweise jemand aus dieser Runde das Video, von dem ja außer Ihnen ganz Wien schon gewusst hat, wir wissen ja, die SPÖ war informiert, die NEOS waren informiert, die ÖVP war definitiv informiert, weil ja ein länger Berater des Kanzlers das Video gesehen und alles dazu erfahren hat, hat möglicherweise jemand aus der Dirkisentruppe das übers Ausland gespielt. Was ist denn heute Ihr Gefühl? Also an Zufälle glaube ich in dem Fall gar nicht, denn was wir heute wissen ist, dass das eine jahrelange Operation war, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schon lange vor 2015 begonnen hat. Da gibt es viele Indizien und auch Zeugenaussagen, die das bestätigen. Das heißt, eine Operation, die im Sinne einer geheimdienstlichen Operation mit Struktur, mit vielen Personen, mit vielen Akteuren schon begonnen worden ist, offenbar bei der Konstruktion der Spesen und bei anderen Konstruktionen, die dann im Jahr 2015 schiefgegangen sind mit einer Anzeige beim BKA und man dann in die nächste Planung übergegangen ist, nämlich diese Ibiza-Falle zu planen und mit den entsprechenden Schauspielern entsprechend zu besetzen. Und dass ein paar Wochen vor Veröffentlichung des manipulativ zusammengeschnittenen Videos aus dem Jahr 2017 Journalisten gehört haben, im Rahmen eines Hintergrundgespräches von der deutschen Bundeskanzlerin Merkel, dass der Strache weg muss, ist durchaus auch interessant, denn Sie haben es ja selbst auch dargelegt, man hat das über die Bande, sprich über das Nachbarland Deutschland gespielt. Also die Parteien in Österreich haben sich selber nicht angepatzt, die waren schon schlau genug, man hat das dann offenbar, wer auch immer der Auftraggeber und wer die Hintermänner sind, es über die Bande über das Nachbarland Deutschland gespielt. Aber das Ganze ist ja ein Krimi, HC, das ist eigentlich ein Polizriller. Da hat offenbar, das ist ja Ihre Vermutung, kann man derzeit nur sagen, oder Ihr Gefühl fast eher, eine türkise Gruppe von diesem Video gewusst, ist im Wissen um dieses Video mit Ihnen in Regierungsverhandlungen gegangen und hat sich offenbar vorgenommen, wenn der nicht so spurt, wie wir wollen, zündbar das Ding. Das kann ich nicht bestätigen, weil ich ja nicht weiß, ab welchem Zeitpunkt... Aber so habe ich Sie verstanden. Nein, da haben Sie mich falsch verstanden. Ich habe gesagt, es kann möglich sein. Was wirklich Realität ist, werden hoffentlich die Ermittlungen, aber auch die investigativen Recherchen der Journalisten dann zu Tage bringen. Denn die Möglichkeit gibt es natürlich. Ob das der Fall ist, weiß man nicht. Ich weiß ja nicht, ab welchem Zeitpunkt der Sebastian Kurz und die ÖVP informiert worden sind. Heute wissen wir zum Beispiel, dass schon von dieser Tätergruppe im Jahr 2015 mit Konstruktionen im Zusammenhang der Spesen ein Stick, aber auch Haare von mir, die präpariert worden sind offensichtlich, dem BK übergeben wurden und man dann mit einem ÖVP-Parteirichter, der heute Verfassungsrichter ist, nämlich der Herr Verfassungsrichter Supern, der der ÖVP nahe steht, Kontakt offenbar auch aufgenommen hat und dem das verkaufen wollte. Und man stellt sich dann die Frage, warum hat der nicht Anzeige erstattet, warum hat der nie uns informiert, warum hat der Koalitionspartner uns später nicht informiert über solche Entwicklungen. Das ist schon alles sehr, sehr spannend. Und die Frage stellt sich, wer hat wann gewusst, wer war vielleicht sogar ein Auftraggeber im Hintergrund und natürlich viel zu schlau, als dass man heute sich herstellt und sagt, na wir haben damit was zu tun. Das hat man, wenn natürlich, über die Bande gespielt, über die Süddeutsche Zeitung, über den Verein für politische Schönheit. Also es gibt natürlich zwei Möglichkeiten, das eine ist, das Ganze ist zufälligerweise geplatzt am Höhepunkt dieser SMS, wo Sie sagen, ich hätte ohnehin gedacht, dass wir das Budget nicht mehr schaffen gemeinsam, weil es irgendwie geknirscht hat, ganz gewaltig. Oder aber man hat sich die Budgetverhandlungen erspart, indem man vorher das Video lanciert hat. Es sind viele Möglichkeiten offen, die es aufzuklären gilt. Es war ja immer auch ein Thema, dass gerade im 2017er Wahlkampf und nicht nur da, sondern Jahre zuvor auch der bekannte Tal Silberstein als dort die Campaigning- und Wahlkampfexperte für die SPÖ tätig gewesen ist. Der ist ja schon unter Gusenbauer tätig gewesen, war dann zwischendurch für die Neos tätig, wo er angeblich kostenlos im Jahr 2015 die Neos bei der Wiener Wahl beraten haben will, also wer es glaubt, wie zähle ich, da wird schon der Haselsteiner im Hintergrund, mit dem irgendein Agreement getroffen haben. Dann hat es, wie Sie wissen, nach der erfolgreichen Wiener Wahl, wo wir 31 Prozent erreichen konnten, natürlich eine große Nervosität bei den Mitbewerbern gegeben, spätestens dann auch bei der Präsidentschaftswahl 2016. Dann sind Vereine gegründet worden von Herrn Haselsteiner, Lansky und Co. bis hin zu Gitti Ederer, zur Verhinderung der Freiheitlichen Partei, wo man Spenden gesammelt hat. Also das sind so viele Möglichkeiten, die man wirklich durcharbeiten und recherchieren muss, dass man zu einem hoffentlich endgültigen Aufklärungsergebnis kommt. Also wir sind mitten in einem Thriller, der jetzt durch die SMS befeuert wurde. Es war spannend, aus Ihrem Mund die Interpretation dieser SMS zu hören. Sehr, sehr spannend. Es war die erste Runde. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann werden Sie HC Stache als Demonstrant erleben. Er hat nämlich an der Corona-Demonstration teilgenommen und ist, nehme ich an, sehr wütend auf den Innenminister. Wir sind gleich wieder da. Ja, zweite Runde mit HC Stache an diesem für ihn so spannenden Tag. Die SMS mit Kanzler Kurz sind aufgetaucht und lassen einiges erkennen, dass da der Haussägen ganz, ganz schief gehangen ist. Und jetzt glaubt man beim Ibiza-Video eigentlich nicht mehr an Zufall. Und siehe da, das ist jetzt wirklich ein Zufall, während wir hier sitzen, kriegen wir gerade die Meldung, der Drahtzieher dieses Videos, Julian H., den ganzen Namen dürfen wir ja nach wie vor nicht nennen, originellerweise, ist heute nach Österreich ausgeliefert worden von den deutschen Behörden, ist jetzt gerade im Wiener, ich nehme an Landesgericht, wird gerade die U-Haft über ihn verhängt. Eine Forderung, die Sie ja vielfach gestellt haben, ist ein schöner Tag für Sie heute, HC, oder? Naja, es ist einmal ein Schritt in Richtung hoffentlich bald stattfindender restloser Aufklärung. Es ist ja schon insgesamt interessant gewesen, entschuldigen Sie, aber seit der Veröffentlichung des manipulativ zusammengeschnittenen Videos, wo ich ja höre, dass sogar Rechtsexperten des Spiegel und der Süddeutschen davor gewarnt haben, das zu veröffentlichen, weil nämlich im Gesamtkontext der sieben Stunden ein völlig anderes Bild sichtbar wird und man da Gefahr läuft, einen zweiten Fall Relotius zu produzieren, nämlich im Sinne von Manipulation, bin ich froh, ja, bin ich froh, dass jetzt nach über eineinhalb Jahren, bitte, das war ja eigentlich fast, der Mann war auf der Flucht und hat mitten im Herzen Europas in Berlin gelebt und das völlig ohne Angst haben zu müssen, erwischt zu werden und irgendwie ist er von einem Heimflug von Rumänien, wo er zwischendurch war, dann in Berlin erwischt worden und dann kommt man drauf, der ist in einer Wohngemeinschaft bei der Sea-Watch bei der Kapitänin Raketa offenbar untergebracht gewesen, also man kann sich nur wundern, wie kann jemand so lange dort untertauchen, ohne dass die Behörden ihn erwischen, aber ich bin froh, dass es passiert ist, dass jetzt die Auslieferung erfolgt ist und dass hoffentlich jetzt auch bald die Einvernahmen stattfinden. Also jetzt sitzt er hinter schwedischen Gardinen in Urhaft und in den nächsten Tagen werden dann die Einvernahmen beginnen, spannend, aber eigentlich wollte man im zweiten Einstieg ja über Corona reden und über die Corona-Demo vom Samstag und da hat gestern die Frau Pelakowitsch gesagt, als Beweis dafür, dass da ganz normale Bürger waren, sogar der HC Strache war dort. Also HC Strache war bei der Demo. Ja, weil ich natürlich als Mensch, als Bürger dieses wundervollen Landes natürlich nicht nicht nur die Solidarität mit den Bürgern lebe und ich nicht von zu Hause für Freiheit eintrete, sondern auch vor Ort mit den Bürgern gemeinsam natürlich von meinem Recht, von meinem Versammlungsrecht, aber auch Demonstrationsrecht und Grundrecht Gebrauch mache, für die Freiheit, die uns gestohlen und geraubt worden ist, einzutreten. Und da geht es auch um den Schulterschluss aller Bürger, nämlich aus allen politischen Lagern, die in Wahrheit wirklich heute zu Recht sagen, das, was wir da erleben, ist der Abbau unserer Demokratie, unserer Verfassungsgrundsätze auf unterschiedlichen Ebenen, wo jetzt sogar ein neues Covid-19-Epidemie-Gesetz in Vorbereitung ist, vom Herrn Gesundheitsminister Anschober, dem Rudi Rathlost, der jetzt offenbar krank geworden ist, ich wünsche ihm bald die Gebesserung, aber das könnte vielleicht auch mit dem Unterausschuss zu tun gehabt haben, der heute stattgefunden hat, wo unangenehme Fragen zur Bundesbeschaffungsagentur etc. gefallen wären, aber der jetzt vorhat, offenbar Abtreffen von vier Personen, das verbieten zu wollen und das als verbotene Versammlung Reden wir gleich darüber. Also da kann man sich nur wundern und ich gehe daher mit einer festen Überzeugung gemeinsam mit den Österreicherinnen und Österreichern auf die Straße, um unser Grundrecht für unsere Freiheit wieder zu erlangen, denn das wird mit Füßen getreten und ich möchte ernst sagen, das, was man unserer Gesellschaft angetan hat, unseren Kindern, man hat den Kindern in Wahrheit ihre Kindheit geraubt und gestohlen, ihr Lachen, das Spielen verunmöglicht, ihre familiäre Nähe und ihre sozialen Kontakte verboten, man hat psychische Probleme hinterlassen, man hat Menschen in Wahrheit mit Berufs- und Arbeitsverboten in Richtung Ruin getrieben und Existenzverlust getrieben, man hat in der Gesellschaft Schritte gesetzt, die undenkbar sind für eine Demokratie. Wir wollen endlich wieder unsere Normalität zurück, unsere Freiheits- und Grund- und Bürgerrechte wieder und das muss aufhören. Und wenn dann eine Regierung hergeht und friedliche zigtausende Menschen dann noch mit so einem Framing als Hooligans und Rechtsextremisten bezeichnet, dann ist das widerlich erforderlich. Also spannend natürlich zu sehen, nicht nur über die SMS zu diskutieren, sondern auch zu sehen, wie aus einem Vizekanzler ein Wutbürger wird, denn Sie sind ja eigentlich jetzt ein Wutbürger. Wogegen haben Sie eigentlich demonstriert am Samstag? Gegen die Maßnahmen dieser Regierung. Und es ist ja so, dass seit einem Jahr die Bevölkerung erleben muss, wo man am Anfang noch Verständnis hatte, einen Lockdown nach dem anderen. Ein Grundrecht und Bürgerrecht nach dem anderen, das sukzessive sozusagen den Bürgern abgedreht worden ist. Verfassungsbruch da oder dort mit Verordnungen, wo dann viele Monate später der Verfassungsgerichtshof das als verfassungswidrig aufgehoben hat. Und eine Entwicklung, wo die Gesellschaft auch im Vergleich zu anderen Ländern, die keinen Lockdown bis heute haben wie Schweden, gegen die Wand gefahren wird. Und die Menschen sagen zu Recht, und ich sage, ich stelle Ihnen jetzt die Frage, was ist schlimmer als eine Diktatur, Herr Felner? Was ist schlimmer als eine Diktatur? Eine unfähige Diktatur. Und was ist schlimmer als eine unfähige Diktatur? Eine Diktatur, die niemand zugeben will. Und genau dort befinden wir uns heute im Vorfeld, weil wir Entscheidungsrichtlinien einer Regierung erleben, die eingehend unsere Verfassungsgrundsätze, unsere Rechtsgrundsätze betreffen. Und da muss man, da wird Widerstand zur Pflicht. Da werden Versammlungen verboten, da werden Veranstaltungen verboten, da werden Demonstrationen verboten, da werden Bürger eingekesselt. Und dann geht man her im Nachhinein mit dieser Eskalationsstrategie, die man da gelebt hat. Ich sage an der Schwelle jetzt vom zweiten zum ersten Bezirk, wo man 3,3 Kilometer eine Brücke nach der anderen gesperrt hat. Kommen wir mal gleich dazu. Aber eigentlich müssten Sie ja fast froh sein, dass Sie aus der Regierung rausgeworfen wurden. Sonst wären Sie nämlich das Objekt dieser Demonstration gewesen. Weil dann hätten nämlich Sie den Lockdown verfügen müssen, weil Ihr großes Vorbild, Ihr Busenfreund Viktor Orban, hat heute gerade einen Totallockdown über Ungarn verhängt, weil seine Infektionszahlen dramatisch steigen. Also da wäre, wenn schon Ihr Superbusenfreund Viktor Orban an Lockdown verhängen muss, wäre Ihnen wahrscheinlich auch nichts anderes übergegangen. Nein, Herr Fellner, ich glaube, das ist genau der Punkt. Denn wäre ich weiter Vizekanzler, hätte es gewisse Entwicklungen und Entscheidungen mit mir nicht gegeben. Und natürlich ist das genau der Hintergrund. Ich hätte auch nicht, also bitte, wir reden heute von Freiheitsbürgern und Grundrechten, für die wir Freiheitliche nicht nur kämpfen und eintreten und stehen, sondern die wir auch in der Regierung gesichert hätten. Und wir reden von einer grünen Koalitionspartei, die das heute mit Füßen tritt. Zu Recht sind heute viele ehemalige Grüne Wähler, aber auch Sozialdemokraten, aber auch ehemalige Kurz- und ÖVP-Wähler bei diesen Demonstrationen, die demonstrieren das erste Mal in ihrem Leben, die waren noch nie auf Demonstrationen, weil sie so empört sind, dass hier demokratische Grund- und Freiheitsrechte über Bord geworfen werden von Parteien, denen man das nie zugetraut hätte. Und der Herr Anschober und der Herr Kogler tragen dafür die Verantwortung. Das ist auch der Grund, warum bei der Kärntner Gemeinderatswahl die Grünen sich in manchen Städten mehr um 50 Prozent halbiert haben. Weil die Menschen zu Recht empört sind. Da passiert etwas mit unserer Gesellschaft, wo es um den Erhalt unserer Demokratie geht. Und da haben wir eine verdammte Verantwortung. Und ja, es gibt schon Entscheidungen, die man nachvollziehen kann. Und nicht alles, was der Ministerpräsident Orban macht, findet da oder dort meine Zustimmung. Aber er hat in seinem Land letztlich die Verantwortung zu tragen und stellt sich an eine Wahl. Er hat die absolute Mehrheit. Das müssen sie auch würdigen. Das heißt, es wird dann bei der nächsten Wahl zu entscheiden sein. Aber bei uns muss man schon eines festhalten. Hier rennt einiges wirklich katastrophal falsch. Und im Vergleich zu Schweden, wo es keinen Lockdown gibt, gibt es nicht ansatzweise den wirtschaftlichen Schaden, den wir haben, aber ähnliche Zahlen der Corona-Entwicklung. Also muss man doch irgendwann einmal eingestehen, dass der Lockdown nichts gebracht hat. HC, Sie waren also am Heldenplatz. Dort wurden Sie gesichtet. Waren Sie dann auch im Prater bei der FPÖ-Grundgebung und beim Herrn Kickl? Und was sagen Sie zu dieser Rede? Dem Klubobmann Kickl wird jetzt ja vorgeworfen, er hätte die Teilnehmer aufgehetzt, sozusagen dann als Mob wieder in die Stadt zu ziehen. Also ich war am Ritterese-Platz. Es ist dann über Lautsprecher dort mitgeteilt worden, dass diese Versammlung dort aufgelöst worden ist und dass man den Platz zu verlassen hat. Das ist dann auch in Folge passiert. Die Bürger sind dann sozusagen weitermarschiert, teilweise dann später zu Fuß Richtung Prater. Da sind Sie mitmarschiert. Manche sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu ihrem Auto gegangen und dann zur Prater-Veranstaltung gefahren. Ich bin zum Prater hinuntergefahren, ja, und habe dort ein klares Zeichen gesetzt, nämlich den Schulterschluss für die Freiheit in Österreich, für unsere Heimat. Und ich habe dort auch die Rede von Herbert Kickl verfolgen können. Und ich sage Ihnen ganz offen, bei allen Entwicklungen, die wir auch persönlich erlebt haben, ja, da ist wenigstens ein Parlamentarier heute noch da, der für die Freiheit, für die demokratischen Grundrechte unseres Landes, für Verfassungsgrundsätze eintritt, der wenigstens die Bürger letztlich auch vertritt, die von anderen Parteien völlig links liegen gelassen werden und dann mit seinem Framing als Hooligans und Rechtsextremisten diffamiert werden. Das ist ja das Widerlichste, was man sich nur vorstellen kann. Und ich habe ja dort die zigtausenden Menschen gesehen. Das waren fröhliche, friedliche Menschen, bunte Menschen aus allen politischen Lagern, ehemalige Grünwähler, ehemalige Sozialdemokraten, ehemalige Kurzwähler, unterschiedlichste Kulturen, ja, die gesungen haben, die gesagt haben, es reicht, wir wollen endlich leben, wir wollen nicht eingesperrt werden bis zum Tod, sondern wir haben ein Leben vor dem Tod. Und das ist etwas, was viele bewegt. Und viele können es ja gar nicht begreifen und fassen, dass in der Gesellschaft eine Schraube nach der anderen weitergedreht wird, dass man in Wahrheit in einer unfreien Gesellschaft berichtet wird. Komme ich gleich dazu. Schlussfrage noch zu der Demo. Sie haben gesagt, Sie haben viele Grünwähler, viele ÖVP-Wähler, viele SPÖ-Wähler gesehen. Haben Sie auch die Rechtsextremen gesehen, die da Reichsfahnen geschwungen haben, die Sieg Heil gerufen haben und Judensterne getragen haben? Nein, sondern ich habe gesehen, dass jüdische Mitbürger mit jüdischen Fahnen, mit israelischen Fahnen spaziert sind. Es waren israelische Fahnen und eben Rot-Weiß-Rot-Fahnen gemeinsam. Es waren unterschiedlichste Kulturen da, die gesagt haben, gebt uns unsere Freiheit zurück. Es hat eine Rednerin gegeben aus Linz, eine Gastronomin, die bis dato Grünwählerin war und gesagt hat, sie kann diese Partei nicht mehr sehen, welchen Schaden die angerichtet hat für die Demokratie und letztlich auch für die Wirtschaft. Das heißt, das ist ja alles ein unglaubliches Framing. Ich habe dort keinen Rechtsextremisten gesehen, ich habe solche Rufe überhaupt nicht gehört und solche Fahnen nicht gesehen und ich finde es ungeheuerlich, wenn zigtausende Menschen da marschieren, dass dann ein Innenminister hergeht und leider manche Medien mitgemacht haben, unüberprüft, ohne Bilder, ohne Recherche, ohne Filmdokumente, so etwas einfach behaupten, dass sich offenbar als unwahr herausstellt. Anders kann man das nicht bezeichnen. Das sind dann wirklich Fake News, die offenbar auf Auftrag eines Innenministers offenbar zum Besten gegeben werden und nicht einmal kritisch beleuchtet werden. Und das ist ja zum Glück heute durch die Pressekonferenz von Herbert Kickl auch erfolgt, der nämlich den Ablauf dort einmal sehr benibel auch durch die vielen Zeugen, die auch Belegmaterial und Videos geschickt haben, über seine Mitarbeiter einmal recherchiert hat und aufgezeigt hat, wie da auch mit einer Eskalationsstrategie nach der Praterveranstaltung die Bürger in Wahrheit wirklich hinters Licht geführt worden sind. Da hat man 3,3 Kilometer den Durchgang zwischen 2. und 1. Bezirk, alle Brücken abgesperrt. Da ist die Franzensbrücke, die Schottentorbrücke, Rotundenbrücke, Schwedenbrücke, Rosauerbrücke, Salsterbrücke, Augartenbrücke, die sind alle gesperrt worden und man hat die Leute einfach weitergeschickt und hat gesagt, bei der nächsten kommt es rüber. Und keiner konnte zu seinem Auto, keiner konnte zurück sozusagen über den Donaukanal, wo er vielleicht wohnt und ist dort eingekesselt gewesen. Und die Leute waren trotzdem zum Glück friedlich, haben gesungen. Aber sie waren in Panik. Und sie waren wirklich in Panik. Und dann gibt es die Bilder, wo Rollstuhlfahrer umkippen, wo Bürger zu Boden gerissen werden und eine 65-jährige Dame in Handschellen gelegt wird, wo man die Welt nicht mehr versteht. Und das sieht man und das sage ich auch offen. Also ich lehne jedes pauschale Bashing gegenüber der Polizei ab. Die machen großartige Arbeit. Aber dass da offenbar die Polizeiführung hergeht und mit Befehlen ein Eskalationsszenario fährt, das ist das, was ich kritisiere. Und da müssen wir wirklich aufpassen, weil das hat in unserer Gesellschaft nichts verloren. HC, also von der Demo sind Sie begeistert und stehen voll dahinter, werden an der nächsten wieder teilnehmen, nehme ich an, wenn es zu einer kommt am Samstag oder am nächsten Samstag? Schauen Sie, ich bin kein Berufsdemonstrant, der bei jeder Demonstration teilnimmt. Aber ich werde da oder dort, ja, ganz klar und deutlich weiter Position beziehen und mit den Bürgern gemeinsam, ja, auch für unser Recht und für unsere Freiheit auch eintreten. So. Vom Herbert Kickl sind Sie positiv angetan, hat es schon andere Wortmeldungen Ihrerseits gegeben, aber Sie erkennen sozusagen an, dass er ein wirklich kantiger Oppositionspolitiker ist und das gefällt Ihnen. Sagen Sie, das ist einer der wenigen, die heute für den Erhalt unserer Demokratie, Verfassungsgrunds- und Freiheitsgerechtigung kämpft. Und das lässt manche Wunden zwischen Ihnen beiden ein bisschen verheilen. Es geht um einen Schulterschluss in Wahrheit, es braucht dieses Land einen Schulterschluss für die Freiheit, einen Schulterschluss gegen diese undemokratischen Entwicklungen, die wir in der Gesellschaft haben. Vielleicht erleben wir Sie beide ja so wie da im Prater noch einmal Seite an Seite. Das Dritte ist, Sie sind über den Nehammer und die Polizeiführung empört und der Meinung, dass der zurücktreten sollte, das haben Sie letztes Mal hier schon gesagt, da war es dort nicht so weit. Und der vierte Punkt, und den wollte ich am Schluss noch ansprechen, Sie sagen, es ist jetzt Schluss mit dem Lockdown, es muss geöffnet werden und Verordnungen, wie die heute bekannt geworden sind, dass vier Personen eine Versammlung sind, das halten Sie für Irrsinn. Das ist ein absoluter Irrsinn. Das geht ja hinein in den privaten Bereich, in Zukunft wird ein Tennis-Doppel nicht mehr möglich sein, offenbar, wenn es dem Anschober nicht gefällt. Wo leben wir? Ich bin nicht in Pyeongchang, ich bin nicht in Nordkorea und ich bin auch sonst hoffentlich nicht in irgendeiner Diktatur aufgewacht. Das sind ja alles Entwicklungen, wo man fassungslos ist und vor einem Jahr nicht einmal ansatzweise geglaubt hätte, dass man in so eine Entwicklung nach einem Jahr hineinkommt. Da ist wirklich Gefahr in Verzug und da wird Widerstand zur Pflicht. Alle mutigen Menschen, die zu Recht sagen, warum hat man damals geschwiegen? Warum konnte es damals so weit kommen? Heute ist man gefragt, friedlich laut seinen Mund aufzumachen und sich dagegen zu stellen. Damals meint es sich bei Hitler. Mit Entwicklungen in unterschiedlichsten Bereichen und auch Diktaturen unserer Gesellschaften, wo Menschen in Wahrheit aufgewacht sind in einer Diktatur, obwohl sie Vorboten und Entwicklungen der Abschaffung von demokratischen Grundrechten gesehen haben. Da muss man rechtzeitig aufstehen und rechtzeitig sagen, so nicht. Und wenn man das nicht tut, dann wacht man vielleicht irgendwann einmal ein paar Monate oder ein paar Jahre später genau in so einer Gesellschaft auf, in der wir nicht leben. AC, Sie wissen, ich bringe Ihre Aussagen immer gerne auf den Punkt. Das macht unsere Interviews ja auch so spannend. Sie vergleichen das, was wir heute erleben, wirklich mit dem Beginn der Hitlerzeit. Nein, das habe ich nicht getan. Sie haben gesagt, damals hätte man auch gesagt, damals war ja wohl gemeint der Beginn der Hitlerzeit. Nein, damals in der Historie, aber wir können auch sagen in der Gegenwart. Was ist damals? Naja, ich sage in unterschiedlichsten Epochen, ob das jetzt die Sowjetunion war, ob das die ehemalige DDR war, ob das andere Diktaturen waren. Und es gibt viele derer, auch heute noch da oder dort leider. Und wie sind die möglich geworden? Weil man gewisse Fehlentwicklungen geschehen hat lassen. Und weil die Bevölkerung es nicht geglaubt hat oder nicht für möglich gehalten hat, dass man am Ende vielleicht alle Grundrechte, die man vorher gewohnt war, zu haben verlieren kann. Nein, das gilt aber für die Hitlerzeit auch. Natürlich gilt das. Für alle Diktaturen gilt das. Und natürlich ist das auch unsere Verantwortung und Verpflichtung, bei solchen Mechanismen, die wir heute erleben, rechtzeitig klar und deutlich zu sagen, stopp, hier und nicht weiter, da sind Linien überschritten, da geht es um unsere Freiheits- und Grundrechte, für die unsere Vorfahren gekämpft haben. Wo wir nicht zulassen, dass uns dicke Stollen gerabbt werden und mit Füßen getreten werden. Und HC jetzt Schlussfrage. Sie sind der Meinung, dieser Lockdown muss beendet werden. Es sollte alles geöffnet werden. Das haben Sie ja schon zwei oder dreimal gesagt. Und vor allem diese Verordnung, mit denen vier Personen treffen sich und müssen das als Veranstaltung anmelden, also zwei Personen aus je zwei unterschiedlichen Haushalten, die sollte nicht beschlossen werden. Das hat in unserer Gesellschaft gar nichts verloren. Nehmen wir uns ein Beispiel an Schweden oder auch anderen Ländern, die keinen Lockdown haben. In Kroatien ist alles offen. In Schweden gibt es eine Eigenverantwortung, die gelebt wird und ich kann es nur noch einmal betonen. Wo man die vulnerablen Gruppen und die Risikofälle und die Bereiche, wo Risikopatienten sind, schützt. Das hat man am Anfang leider nicht getan. Daher hat man dort leicht höhere Todeszahlen an oder mit Corona-Verstorbenen. Auch da streiten sich bis heute die Geister. Es gibt keine Grippetoten mehr. Offenbar wieder jeder Grippetote automatisch zu einem Corona-Toten heute gemacht. Es werden Autounfalltote zu Corona-Toten gemacht, weil sie vier Wochen vorher einen positiven Antigentest gehabt haben. Da kann man sie auch nur auf den Kopf greifen. Also diese Zahlen gehören ja auch einmal hinterfragt. Und natürlich, wenn ich dann in eine Durchtestung gehe, dann darf ich mich nicht wundern, dass die Testergebnisse da oder dort auch ein bisschen hinaufgehen werden. Das ist aber kein Drama. Es geht um die Eigenverantwortung. Es geht darum, dass die Menschen eigenverantwortlich leben wie in Schweden. Wer sich schützen will, soll sich schützen. Auch mit entsprechenden Masken, mit Abstandhaltung. Es sollen keine Veranstaltungen über 50 Personen zugelassen sein. Das hat Schweden zum Beispiel. Aber es soll die Gastronomie offen haben. Es soll die Arbeitswelt wieder geöffnet werden. Es sollen die Kinder wieder im Kindergarten, in der Schule mit den anderen Kindern zusammenkommen können. Ja, und auch die Möglichkeit haben, endlich soziale Kontakte zu leben und nicht in psychischen Problemen zu enden, wie wir es heute haben. Also der HC sagt, trotz der angeblich steigenden Infektionszahlen, die ja zu Alarmen von Virologen und Experten führen, soll man den Lockdown abschaffen und wieder alles aufsperren. Schauen Sie, das ist ja wieder das Thema. Die falschen Zahlen, die nicht wirklich ehrlich bewertet werden und natürlich eine Durchtestung jetzt mit den Gratis-Schnelltests, die es da gibt. Natürlich, wenn man da in Richtung zweieinhalb, drei, dreieinhalb Millionen Menschen kommt, ist es ja logisch, dass die Positiven sich erhöhen werden, was aber nicht heißt, dass ich eine Infektion habe, dass ich eine Krankheit habe. Die Parameter sind ganz andere. Wo bricht wirklich die Krankheit aus? Wo gibt es wirklich Symptome? Wo braucht man wirklich Spitalsbehandlung oder Intensivbehandlung? Und in der Intensivstation sind keine Überfüllungen gegeben. Ja, da oder dort wissen wir, dass speziell ältere Menschen oder Menschen mit Diabetes besonders betroffen sein können. Da muss man vorsichtig sein. Aber wir wissen, dass bei den 0- bis 30-Jährigen überhaupt keine Gefahr im Wesentlichen besteht. Und dass die keine Angst und keine Sorge haben müssen, an diesem Virus zu versterben. Im Gegenteil. Da gibt es ganz klare Zahlen, dass da keine Gefährdung da ist. Und deshalb sollten wir endlich zu einer Vernunft übergehen und uns auch von anderen Ländern, die keinen Lockdown haben, was abschauen. Das war die Corona-Sicht des HC Strache. Danke fürs Kommen, HC. War aber immer spannend. Heute war ja definitiv HC Strache-Tag. Gleich in mehreren Themen. Jetzt bis zur Verhaftung Ihres Ibiza-Drahtziehers. Nehmen an, Sie werden sich jetzt irgendwie ein 8- oder 4- oder 1-4- genehmigen, wenn Sie nach Hause gehen. Sie wissen, manchmal sind es auch 3. Ja, ja. HC hat 4 oder jenseits. Das waren aber 4. Also, HC Strache, danke fürs Kommen. Und das, was der HC Strache jetzt schon angesprochen hat, nämlich, wie schaut es mit den Infektionszahlen aus? Wie überfüllt sind die Intensivstationen seiner Meinung nach gar nicht? Das werden wir jetzt gleich mit jenem Mann besprechen, der an diesem Wochenende vor einer Überfüllung der Intensivstationen gewarnt hat. Und der meint, man muss den Lockdown eher verschärfen als Lockdown. Professor Steininger vom AKH, einer der führenden Virologen in dem Land, ist gleich zu Gast bei Feldner Live.